Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Agonia. Die letzte Folge stand ganz im Zeichen unserer Farmen, die da jetzt schon so eifrig am Werke sind und jetzt müssen wir uns so ein klein wenig um die Taverne kümmern und was da alles so mit verbunden ist. Die Taverne, ja, das ist die große Frage. Orientmacher haben wir. Marktstände müssen natürlich auch noch gebaut werden, aber erst mal muss ich überlegen, wo setze ich die Taverne am Schloss, wie auch immerhin. Mitten ins Grüne? Muss ja nicht unbedingt. Auf der anderen Seite, wenn ich die jetzt hier so irgendwo hinsetzen würde, vielleicht hier oder so, ich muss ja darauf achten, dass die Marktstände in Reichweite der Taverne sind und da wäre das jetzt hier nicht so unbedingt, na gut, ginge auch. Aber hier habe ich halt, ne, hier habe ich da, die könnte ich den Bereich nutzen, können den Bereich nutzen, können den Bereich nutzen, für den Bau halt der Marktstände und alles, was damit zusammenhängt und hätte die Taverne, ähm, ja, halt im Zentrum des ganzen Geschehens hier. Vielleicht mache ich das einfach mal so, könnte die ja so hinsetzen, Moment, das fällt mir nicht mal verkehrt, die hier so hinplane. Hier die Taverne hin. Hier die Taverne hin. Das muss man hier wieder hören ans Geschehen. Dann, da so den Weg. Wir brauchen Tische. Wie viel waren das nochmal? Ich glaube, vier Esstische. Äh, so. Das ist schon nicht schlecht. Die Taverne, wir brauchen den Marktbrunnen. Bevor ich jetzt hin, jetzt brauche ich die Taverne noch, ne, die braucht kein Wasser oder so, ne. Ich muss also keinen, keinen extra Brunnen noch für die Taverne bauen. Der Marktbrunnen für den Markt reicht. Jetzt muss der natürlich da, ja gut, ich kann natürlich mehr als einen bauen, ne. Das ist, äh, weil ich gerade gesagt überlegt habe. Der müsste natürlich so gebaut werden, dass der ebenfalls den Bereich hier abdeckt. Das können wir mal hin. Moment mal. Wenn ich den Marktbrunnen mal so dreister Weise da so dransetze. Da sind die ganzen Bereiche abgedeckt. Nur, es ist alles ein bisschen anders als sonst vielleicht. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Ähm, gut. Dann mache ich hier einen Weg hin. Muss dann halt so angeschrägt sein. Ich kann den auch da hinsetzen. Das weiß ich noch besser. Oder so. Ich glaube, ich mache das so. Okay, da der eine. Hier der andere. Okay. Das wäre dann der Marktbrunnen. Und, äh, die Märkte müssen natürlich die Taverne versorgen, nicht den Marktbrunnen. Ich mag es nicht. Ich glaube, da brauchen wir sechs. Na, wenn ich auch hier in der Wohnung habe. Aber sowas. Wenigstens sechs. Farmland haben wir. Es Tische sind im Bau. Ich stehe. Ich sehe es gerade nicht. Baustellen müssen wir noch machen. Es Tische. Äh. Ist wirklich nicht. Egal. Ähm. Ich würde mir vorschlagen. Hier und hier. Einen Markt. Hier einen. Dann haben wir drei. So. So. Das ist dann alles in den entsprechenden Einzugsbereichen. Ich hätte mit den Märkten. Das müsste eigentlich funktionieren. Äh. Moment. Fleisch. Was haben wir denn? Und Fleisch. So. Wir müssen sowieso alles haben. Wir brauchen. Im Wesentlichen brauchen wir Reefleisch. Dann. Meeresfrüchte habe ich noch nicht. Waldprodukte. Imbeeren. Wenn sie denn irgendwann gegeben sein sollten. Äh. Waldbär. gemüse so richtig so oder würde sagen dann gemüse gemüse aber noch kohl moment dann auch produkte brot ist stichwort gemüse das heißt ich bin doch eigentlich noch einen weiteren markt bohnen bauen wir nehmen dinge etwas zu sehr überhand wo ist denn wo ist denn wo ist denn hier mein ne das ist der kohletagebau steinbruch hallo ich hatte doch irgendwo weg als leute wo ist denn hier der verursacher des ganzen moment um das muss erst mal weg wer wölfe jetzt schon das heißt ja des wahnsinns wer ach du scheiße ach du scheiße alter ihr könnt doch nicht jetzt schon mit werwürfen kommen okay wo waren die jetzt da und wie viele und wissen ja die verschleppen die leute dann hier hin und und die werden dann selber zu wehrwürfen oh mein gott ach du ach ja moment post aus wo bist du da noch zu sehen du stellst mal ganz kurz seine aktivitäten hier ein ich brauche hier dringend ich habe erstmal damit gerechnet dass sie dabei bei dem bei dem anderen da 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 wo die schon sehen da irgendwie dass sie da erst auf brauchen aber doch nicht jetzt schon der stammt von zauberern und schmieden und so und mit den zauberern hatte ich da schon gedacht irgendwie so ja kann man mal gucken könnte interessant werden keine ahnung jetzt kommen die mir so ja 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 weiß ich auch nicht ja 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 das wollte ich ja das habe ich genau 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 das habe ich fertiggestellt dass es soweit wir hatten hier glaube ich noch einen markt stand ja da hatte ich dann auch hier gesagt und so eventuell müssten wir oder könnten wir noch ein oder zwei weitere marktstände bauen was ich allerdings auf jeden fall brauche wir brauchen eine windmühle die setze ich einfach mal da so hin und dann braucht man natürlich noch eine bäckerei ohne die geht es nicht jetzt wird schwierig bäckerei moment umblick ich bin jetzt nicht mehr nach kurzen wegen und so gehen ich muss da die sachen hinsetzen wo sie passen könnte ich hier hinsetzen eine wehrwurfs gewissen das heißt eine einheit verloren hier noch mal so eine verbindung machen das vielleicht nicht verkehrt wohnhäuser ich bräuchte noch wohnhäuser wie folgen da 2 3 die wohnhäuser schon mal mit den auftrag gegeben ich habe nichts hier ich habe noch gar nichts hier brauchen der werkzeug schmieden ich brauche alles ok wo silber die tollen die tollen weg verbindungen hier die man hier nicht hinkriegt so das ganze ich versuche es mal damit wege würde das irgendwie funktionieren dann erst mal so so ja militär und so und hast du nicht gesehen wir bräuchten auch so was hier eine schatzkammer kurz oder lang von wegen kampfkraft und so hier schon alles durch die gegend würde ich da los also bei den ok militär rüstung schmiede waffenschmiede holzberg stadt ist in arbeit werkzeug schmiede die das das gilt hervorragend wir hätten schon mal die bergschmiede in auftrag gegeben wenigstens etwas dann ja jetzt waffen schmiede rüstung spiele und so weiter und so fort auch die eigentlich ach ja das muss nicht rüstung schmiede waffen schmiede und da bauen und wo setze ich denn die rüstung schmiede hin das ist heftig das ist sehr heftig okay hier will ich auch noch was hinkriegen so toll ist das alles nicht technisch so nah wie möglich an den gestein nicht lang zu handeln das wäre dann die waffen schmiede gewesen rüstung schmiede ich dann da so hin hoffe ich muss gut aus jetzt werden wir natürlich auch noch die entsprechenden schmieden verarbeitung nein erzähle ich bin ein bisschen durch moment mission militär leute kämpfen ich fand an zu museln das war ja auch selbst so silber tagebau eisentage bau da haben wir noch nichts schmelz hütte das war's was was mir noch fehlt ich brauche es ist ein ein bis zwei schmelzen und die menge schmelzen die hier hin könnte ich sonst noch eine platzieren ist nix ich habe es gar nicht da könnte ich noch eine schmelz hütte hinsetzen ich frage sie gar nicht mehr so nach effektivität im augenblick weil ich sehe nur noch zu dass ich hier die idee die bauplätze die ich habe irgendwie halbwegs vernünftig nutzt bekommen damit ich meine sachen machen kann da habe ich ein bisschen eisenerz heißt muss also hier auch eisentagebau betreiben ich hoffe die krieg da dran so das ist war holy moly das wird ganz bild was ich jetzt immer noch nicht habe ist eine militärakademie die ich ganz dringend braucht und abenteuer gilt der akademie irgendwo noch eine chance die militärakademie unterzubringen ich glaube nicht ich glaube nicht so ist man im augenblick nicht wenn es mit der abenteuer gilde die ist ein bisschen kleiner kriegt die irgendwo schon mal hier noch unter oder war ich dir zu großzügig mit dem bau von gewissen dingen oh mein gott das kann lustig werden abenteuer gilde würde ich da sogar noch hinkriegen dann ist das komplett alles außen blockiert oder läuft nichts mehr dann ist es dann aber auch militärkampf krieg im augenblick nirgendwo unter da muss ich erst mal warten was passiert mit dem holz dann kann ich hoffe ich hier beispielsweise irgendwie an irgend so so ein platz der militärkampf unterkriegen ihr müsst ihr müsst erstmal liebe holzfäller ihr müsst erstmal hier alles niedermähen wird irgendwie greifbar ist allerdings hier so in diesem gebiet das ist er und aus einem weitermachen moment da würde ich dann sagen muss doch mal war so so ja die wehrwölfe die wehrwölfe holen die waldweg das wird lustig das sind die banditen jetzt noch kannst du übel so so im bau markplätze ausbauen und 16 muss noch ein bisschen warten ich habe es erst mal andere probleme und zwar massiv so die aktive sind jetzt mittlerweile auch da ja alle sitze da hier nicht wahr dass hier los wird hier gebaut hier habe ich immerhin die möglichkeit hoffe ich dass man diesen hier zu machen so dann die holzwerkstatt ist noch mit fackeln beschäftigt wir haben 16 fackeln wir haben neun zahnräder und noch ein zahnrad machen und dann hier erst mal so 20 holzschilder waren haben wir liebe leute das wird eine heftige geschichte hier also gemütlich wird das auf keinen fall die zeiten der gemütlichkeit sind endgültig vorbei wir haben massive platzprobleme bedingt in der ersten linie in linie dadurch dass hier die gelände gegebenheiten so sind diese sind dadurch dass wir zwei befreundete siedlungen rechts und links haben ist dann der platz auch noch entsprechend weiter begrenzt und wir haben werwölfe also mit banditen und dieben konnte umgehen werwölfe jetzt schon bekommen in einem ersten anlauf ich bin bei ich bin da im augenblick nicht so ganz ehrlich gesagt ich sehe da probleme auf uns zukunft ja schauen wir mal wie es denn so werden jetzt danke für eure unterstützung vorher dabei sein danke für deine unterstützung für dein dabei sein ich brauche das jede menge ich brauche ja ich brauche hilfe irgendwie müssen wir das hier gut bekommen vielen lieben dank wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten folge wieder bis dahin wünsche ich euch immer alles 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 gute und genießt die zeit bis dahin wünsche Untertitelung des ZDF, 2020